F*** dich, ich hasse dich. Das ist kein Partylit. Jascha! Hi Bitches und willkommen zurück zu einem neuen Youtube Video von mir auf meinem F***ing Kanal. Also ich habe mir gedacht, dass wir heute billige, also teure versus billige Süßigkeiten kaufen. Und die liebe Esma und die liebe Elena haben mir Süßigkeiten gekauft. Und ich habe die noch nicht gesehen oder sonst irgendwas. Das heißt, mir werden jetzt die Augen verbunden und sonst irgendwas. Und ja, dann teste ich die und ich muss dann erraten, was das billigere, was das teure ist. Und ja, ich hätte gesagt, wir legen los. An der Stelle noch ein großes Dankeschön an die Person, die mir diesen Vorschlag gemacht hat. I die Bitch. Wow, ich fühle mich witziger. Schau nach unten. Schau nach unten. Nein. Okay. Licht, Licht. Da. Okay, was ist das? Ich gebe dir eins jetzt. Willst du sie geben? Ja. Oh mein Gott, das ist ein Cookie. Ich glaube Milka kann das sein. Was ist das? Das erste war Milka und das ist das billige hier. Stimmt das? Stimmt das? Nein. Was war das? Strafrecht stimmt. Das erste war Fake und das zweite ist Mist. Ahhhh. Ich schwör auf alles. Ich hab's mir gedacht Bitch. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Aber ich schwör auf dem Aussehen her, schaut das andere besser aus. Das ist Fake. Elena. Leg dich einfach hin. Leg dich einfach hin. Bitte. Das erste. Ich hoffe es ist nichts ekliger. Zeigst du die Kamera ab. Falsch, rechts. Zeigst du die Kamera ab. Jetzt geradeaus. Wirklich? Ja. Scheiße. Ich hab voll kein Gefühl mehr. Oh mein. Warte, jetzt muss ich wieder weiter rechts. So. Ihr lügt mich an. Nein, ich schwör auf mein Gott. Wir sagen dir jetzt nicht. Isst Papier unten. Nein, dann bitte hilf. Jauu. Da. Nimm nicht. Nimm nicht. Ja, ich kaufe dich. Halt mal. Ah, jetzt ist dieses Karamellteil. Okay, du kannst es weg tun, wenn du nicht neißen willst. Wohin? Egal. Lass es einfach. Warte, Müllheim ist hier. Warte, ich kann es schon mal auspacken. Okay. Ich pack dir das andere gleich aus. Warte, zeig mir das in die Kamera. Woh, 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 woh. What is it? Oh mein Gott. Es fühlt sich auf jeden Fall billig an. Ich fühle das nicht nach. Und, was sagst du? Wah. Das ist das billige und das andere ist das original. Falsch. Oh, wah, wah. Ah, Elena. Also ich höre auch, dass gut zu sehen bist du bitch. Jeder soll wissen, wie wenn ich befreundet bin. Wer meine Leute ist. Das ist gut. Okay. So. Teller. Teller. Okay. Nimm dir das linke oder das rechte, was du willst. Ja. Oh mein Gott. Scheißen die. Scheißen die Kamera. Oh. Oh, das ist Jaffa Keks. Und jetzt hier billiger, glaube ich. Ja, fix. Das ist das originale. Ich bin Jugo, Bro. Original ist Jugo, äh, Kreis rund. Ja. Original billig. Falsch. 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 Es ist auch nicht Jugo. Oh. Es ist von dieser Balwa, glaube ich. Oh. Mein Herz. Kann ich kurz was trinken? Ich bin gespannt. Okay, okay. Halte. Jetzt scheiß noch ein Herz. Ja, ganz schön. Das ist nicht Oreo, okay. Doch, ich weiß. Kannst du es sein? Keine Ahnung. Mach ich. Das ist Oreo. Wer ist Oreo, okay. Das ist Oreo Disney. das ist das original, das ist fake. Ja. Was ist das jetzt? Da, greif da rein. Nimm das. Das? Ja. Das ist so lecker. Warte. Okay, und jetzt ganz rechts außen. Ja, genau, nimm das. Das ist das echte. Erste oder zweite. Das ist fake, das ist real. Falsch. Echt. Echt. Ja, Elena, ist es so anstrengend heute? So anstrengend heute. Ja, guck, ich bin nicht so beobachtet, als wäre hier noch jemand. Ist hier noch wer? Hallo? Bin ich hier richtig? Hallo? Hallo? Habe ich Schweißflecken? Ich hoffe nicht. Philipp, das nächste muss ich dir in den Mund tun. Weil sonst erkennst du es, okay? Du bist so eklig. Oh, ich habe Angst. Was ist das? Was ist das? Nein, du tust mir fix was rein, du Nutte. Nein, Philipp, du musst es ernst. Ich mache mich zweit auf. Mach den Mund auf. Ich habe Angst. Warte, warte, Philipp. Nein, ich habe Angst. Ihr seid so falsch. Ihr seid so falsch. Wieso sind wir falsch? Ich habe Angst. Paranoid bin ich gerade. Jetzt. Mach auf. Philipp, es ist nicht schlimm. Du kriegst jetzt 30 Stück auch in den Mund. Bitte. Mach auf. Ah. Isst, Philipp. Was ist das? Isst du? Isst. Isst. Was ist das? Jetzt, Philipp, steig. Ja, das ist jetzt. Oh, was ist das hier? Philipp, wir sind nicht schlimm. Was schmeckt es denn? Das ist ein normaler Jugendlicher Keks. Jugendlicher Keks, das rede ich. Das ist ein normaler Keks. Was ist das? Schmeckt es gut? Schmeckt es gut? Warte, jetzt geben wir das zweite Teil auf. Schmeckt es gut? Ja, was ist das? Ja, wir geben das zweite Teil auf. Was ist das? Jetzt, Philipp, schluck runter. Jetzt kommt das zweite Teil. Okay. Ich habe Angst. Bitte. Ich finde es nicht. Was ist es nicht? Der macht auf. Isst. Oh, oh. Das ist von Sushi, gell? Ja. Es ist Zardinen. Was war das andere? Es ist Zardinen und Gängse. Du hast gesagt, das ist lecker. Es war der Keks von vorhin mit Zardinen. ich kotze mich an ich kotze mich an oh mein gott ich glaube ich sehe dich richtig das war's mit dem video wie ihr seht habe ich falsche freunde ja aber wenn euch das video trotzdem gefallen hat und ihr es gern gesehen habt dass ich leide dann lasst ein like da und abonniert mich und wenn ihr mehr also bock auf mehr solche videos habt wo mich meine freunde faschen dann abonniert mich like dies das ananas und jetzt sehen wir uns beim nächsten video bye bitch